Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Simple Life. So, wir sind gewachsen. Ich hoffe, die vermehren sich. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir den Simple Lizer bauen. Ist ja sowieso auch ein Quest. Dann wollen wir da mal hin. Also hatten wir Inferium technisch eigentlich... Bist du... Nein, aber... Gab es hier ein Inferium überhaupt im Bereich? Starlight? Okay. Gaia Power? Hier. 16 Prosperity. Wo sind sie? Da. Essence of the World. Ganz genau. So. Essence of the World. Da. Jetzt fängt das wieder an. Warum ist das so verbuggt? Das ist ein wenig komisch. Aber gut. So. 64 Inferium Essenz. Das könnte ich hinkriegen, wenn ich das hier umwandle. Upsi. Ah. Aber... Stimmt. So. Claim. Oh. Oh ja. Wunderbar. Claim. So, 44 Flintium. Aha, Inferium, Kohle, Flint, Name Tag, Kohle. Sonst noch ein Dingens? Nö, okay. Die Kiste habe ich gebaut für das ganze Zeug unten. Ähm, äh, das packe ich dann mal... Oh, wohin. Direkt hierhin. Im Text für die Tiere. Ähm, ja. Ich habe übrigens befreundet mit dem Hühnchen, ich habe ihm einen Samen gegeben und das fand ich irgendwie ganz toll. Friends Forever. Aha. Ähm, Ponyline. Ja, ich weiß, du magst nicht besonders, aber so ist es halt. Okay, wo war ich? Quest. Genau, insofern. Ähm, Inferium Seeds. Habe ich ja. Dann nehmen wir kurz das. Hark. Claim. Äh, Inferium Seeds. T2. Puzzle. Noch ein Wrap und Rice Cake. Okay. Mhm. Dann machen wir hier mal weiter. Hühnchen-Feder. Hühnchen-Feder. Oh, das ging fix. Sehr schön. Dann, wie mache ich das mit dem am besten? Ich überlege gerade noch. Wie? Achso, erstmal den Seed-Analyzer bauen, ganz kurz. So, Seed-Analyzer-Glas-Pane-Redstone-Slap-Holz-Zilz. Slap-Holz. Ja, das war dann nun... Ja, hier. Nice. Und ich Baule-Meal. The Journal. Das kostet... Ein Buch. Samen und Cropsticks. Mhm. Papier habe ich ja noch. Eins, zwei. Einmal... String. Zack. Vier normale Seeds. So, perfekt. Kommen wir auch gleich mit. Äh... Ja. So, Claym. Die Lupe. Magnifying. Einfach nur Flarscheibe. Und ein paar Sticks. Zack. Sehr schön. So. So. Dann packen wir das gute Stück mal... Am besten irgendwie hier drauf. Äh... Die... Häppli. Mit dem Journal rein. Journal. Das Ding. Okay. Aber nur mehr... Informationen. So. So. Schön. Ich wollte eigentlich nur die Box aufmachen. Oh Gott. Honeybread und Quarz. Mhm. Schön. Oh Mann ey. Gräbfruzoda. Num 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 num. So. Dann können wir auch das direkt mal hier reintun. Das, das, das. Was noch? Das? Ähm. Ja. Dann ging's hier weiter. Meine Scarecrow. Ja, die ist wichtig. Ja. Ganz wichtig ist die. Oh nein. So. Geht aber, ne? Ich glaub schon. Hallo. Okay, das geht. Schön. Die ist nur Deko. So. Okay. Dann brauch ich jetzt Water Storage. Wär ne Idee auf jeden Fall. Ähm. Hier das Ding möchte bitte gerne... Hallo. Danke. T2 heißt einfach nur T2 Seeds. Die... Ähm. Mystical. T2 Seeds. Zack. Acht Potentium mit einem Ethereum Seed. Oh nein. Das gab kein Seed. Okay. Ist ja interessant. Und Infusion Stone. Der muss oben noch irgendwo rumliegen. Unten. Und ein Crafted Tisch. Und unten noch. Auf jeden Fall. Halt hab ich da. Bye. Gut. 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 Ähm. Infusion Stone. Da bist du. Da bist du. Jep, 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 jep. Okay. Dieses Pferd. Gib mir jetzt schon auf den Sack. Sag es dich gar nicht, auf meinen Pflanz drum zu springen, ey. Ich hau dich um. Okay. Wo war ich? Time zusammencraften. So. Also die. Zusammenmischen. Schwupp. Die Wupp. Ich will das Ding jetzt hier haben. Was brauche ich dafür? So ein Teil. Gold. Inferium. Und ein Basis-Inget. Aha. Habe ich Eisen dabei jetzt gehabt? Äh. Ja, habe ich. Bist du Stahl? Du bist Stahl. Toll. Stahl braucht hier gerade keiner. Ich brauche Eisen. Ja. Und da ich ein bisschen Nase schlafe. Also. Die Watering Can. Das Ding hier. Das Ding. Ach, die liegen unten. Ja. Ah, ja. Inferium. Watering Can number uno. Bone Meal. Gleich. Baumeier. Baumeier. Ein Gold. Äh. Bup. Ein Gold. Ein Gold. Ein Gold. Miau. Okay. Okay. Zack. Was war das noch gleich? Ach ja, Water Essence. Kommen wir da gleich zu. Das schon mal soweit vorbereiten. Zack. Charme ist durch. Das kommt weg. Das kommt kurzfristig weg. Das und das brauche ich noch. Mhm. 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 Water Seeds. Wassereimer. T1 Crafting Seed. Und 4 in 4. Okay. T1 Crafting Seed Space. Prosperity und ein Seed. Wie viel Prosperity? 4, ne? 4. 4. Prosperity. Ähm. Und nochmal ein Seed. Und dann Wassereimer. mit 4 hiervon. So. Oh. Halt. Hier. Zack. Zack. Nein, Quatsch. Das. Ähm. Halt, stopp. Noch einmal hochcraften. Das sind 4 Inferium. Und für die Water Seeds. Nochmal 4 Inferium. Ja. Zip. Zip. Water Seeds. Nochmal 1. Wunderbar. War das ein Quest? Wahrscheinlich erst ein späterer Quest. So. Wohl. Nature zuerst. Dirt. Water kommt erst so viel später. Okay. Dirt Essence. Dann kommt Stone Essence. Und dann kommt erst Water Essence. Wobei es geht ja um Water Essence. Nicht um den Seed. Dave's Craft. Gut. Das heißt, das können wir schon mal hinsetzen. Bokobok. Können auch schon mal wieder ausschweifender werden hier. Water. So. Wirkt da Bombenmäh oder wirkt bei dem? Oder gibt es wieder Malus? Nope. Das geht nicht. Gibt es denn hier Fertilizer dafür? Oder nicht? Sieht nicht so aus. Pferd. Junge. Alter. Bist du kacke im Kopf? Mitkommen. Sofort. Lass das. Mein Gott. Stimme den neuen Freund da. Meine Liebe. Wow. Einfach nur wow. Okay. Inferium Seed T2. Das heißt... Der muss wachsen. Und dann müssen wir den vermehren. Und... Wir haben noch ein Beutelchen im Spiegel. Viel Essen. Und ein bisschen Prismarine. Okay. Also, als nächstes soll ich eigentlich... Wood wäre auch gut. Oh, Wood wäre sogar besser. So kommen wir schnell an die Tür. Naturessenz. Okay. Nature. Nature, nature, nature. Nature T1. Crafting. Nature Cluster. Kaktus. Okay. Mist. Das könnte ein Problem geben. Mist. Kaktus. Wir kriegen Kaktus her. Sheet. Sugar Cane Seeds und Kaktusfrucht. Oh, Gott sei Dank. Man kann die breiten, ey. Wuff. Das machen wir direkt. Kaktusfrucht. Und Sugar Cane. So, Sugar Cane Seeds. Ich glaube, die muss ich auch mehr Erdingsbumsen. Sugar Cane Seeds. Bambus und Rhabarber. Bambuschut. Rhabarber. Ich habe auch keinen Bambuschut, oder? Sellerie Kaktus. Sellerie Kaktus. Ne. Kein Bambus. Wo ist denn Bambus? Bambus ist T2, ne? Huntag Gatherer. Bambuschut T2. Tatsache, ja. Bambuschut. Mutate the seeds by creating a row of three squares. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Das war... Bambus ist Sellerie Kaktus. Habe ich Kaktus hier? Nein, aber Sellerie vielleicht? Sellerie. Kaktus. 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 Okay. So, dann brauche ich kurzfristig ein wenig Platz. Hier zum Beispiel. Ah, ne. Unten am besten war da, habe ich nämlich das Baunier, womit ich dann nachhelfen kann. Und dann brauche ich Sand. Sand habe ich nach oben. Na? Stop it? Hallo? Minecraft. Peace. Wie sehr habe ich es nicht vermisst? Yay. So, Sellerie Kaktus. Bohnen Miel. Mhm. Dann mutieren sie bitte. Danke schön. So, die tue ich jetzt am besten. Am Prinzip gibt es immer. Anscheinend nicht. Okay. Doch, wohl. Ich überlege gerade, aber die können wir mal ganz kurz identifizieren. Du solltest 1, 1, 1 sein. Ja. Au. Von 10 sage ich jetzt inzwischen an. Das ist gut. Mehr Info ist immer gut. 2 in Growth. 2 in Gain und Strength. Das ist gut. So, wenn ich die 2 kombiniere. Ich hoffe, ich kann die weitergeben. So. Komm schon. Tut was. Tut was für euer Geld. Please. Und das Ding hier muss ich sowieso weiter wachsen. In den Punkt passen. Komm schon. Das ist keine Watering Can gibt es echt gemein. Und das sage ich euch. Weil halt, stoppeln. Du bist gar nicht hier. Du bist... Halt, schau. Ach so. Besser was jetzt. Jedoch, du bist die 2. Ah, okay. Was bist denn du? Ach. Du bist... Der Waterseed. Bambus. Jawoll. So. Bambus und Kaktus. Ach so. Das habe ich jetzt inzwischen auch fertig. Äh, Sellerie. Flame. Ganz toll. Das war inzwischen alles außer Mushroom. Dafür brauche ich allerdings Mycelium. Und das habe ich noch nicht. So brauche ich die Schaufel. Für Ticker's Construct Quest. Okay. Sand. So, Sand. Da kann nur das eine dann drauf mutieren zum Glück. Oh, Miel. Komm schon. Mit schön, mit schön. So. Mach mir Sugar King Seeds. Los, 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 los. Das essen wir dann. Das essen wir dann auch. Das brauchen wir noch. Das auch. So. Dann machen sie mal. Los, 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 los. Ich bin so ungeduldig. Ah. Die wachsen auch so lahm. Ah. Ah. Wie geht's dir? Hm. Ja, ganz genau. Okay. Aber ich werde jetzt warten. Ich werde jetzt das ganze hoch mutieren zu den Cactus Seeds. Und dann versuche schon mal alles vorzubereiten für die Nature Seeds. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mal.